Wir müssen gegen das Verbrechen führen, den ich gewonnen habe. Achso nicht. Meine Straßen sind Bebrechereien. Ich suchte es ja schon. Nicht mehr lange, ne? Was ist da fast? 77 Verbrechen pro Tag, Alter. Musst ja mal in den Polizeiwaffen wieder. Was? 77, ey. Was? Äh, erstmal ein paar Streifenwagen hier angeschalten. So hat die wieder laufen. Äh, 28 Streifenwagen, Alter. Ach, ja, ein Zellenblock kann nicht schließen, erstmal wieder. So. Immer noch 13 Prozent, ey. Wie lange brauchen die zum Erforschen? Keine Ahnung. Okay, richtig lange. Oh, hängt auch mit zu an, als ich die ganze Zeit auch auf Stufe 1 gespielt habe. Also auf Geschwindigkeitsstufe. Oh lol, dein Ernst? Ja, keine Ahnung, das wechselt ständig. Ich mach immer auf 3 und irgendwie wechselts irgendwann oben auf 1 oder sowas. Ja, wenn du irgendwo reingehst. Ein Kotzer. Okay, der Wuro-Botter geht wieder los, ja. Nice. Ah, ich hab, ich hab jetzt auch Polizei-Helikopter-Helikopter-Helikopter. Aber gleich noch... ... 4... ... mehr als 4 Politeile kommt doch eigentlich nicht bauen. Ich weiß es aber... ... ... Ostschweine Geld aber naja was machen wir als die Gesundheit Prozent war eines meine Frage um geht aber ein Finanzen wie viel nehmt ihr pro Stunde ein also jetzt nicht da unten die Zahl die da steht sondern nur einfach Einnahmen um 37.600 28.900 okay und ich gebe dir aus 19.000 28.000 Alter ich hab jetzt vier Ausgaben glaube ich ich geb 48.000 aus was deine größte Ausgabe ähm Polizei mit 12.000 meine ist Gesundheit mit 7500 Gesundheit ist bei mir bei 4000 ich habe jetzt Bildung mit 4000 weil ich diese Technologiestufe brauche Bildung habe ich mit äh knapp 7000 meine halbe Stadt brennt ab ja das hat das hat wohl gehört ich das auch immer ganz beiläufig um ein Stadtbrennen ob so ein hohen bedarf an industrie in der bald für kein platz mehr ihr macht es noch nicht und schon um um und Post Post also muss aber in meiner Stadt gucken kommen ja ich habe krank aus bisschen aufgebaut er muss man nicht nur ein bisschen weiter das ist richtig groß geworden weiter aber gut fünf tote vortrag bei 100 7.000 schon ganz okay ich habe sogar 4.000 bürger verloren wie viel tote mache ich nur am tag das hat ja auch gut um der Busse aus ich war gut genau das was ich komme wo waren ich habe ich ihn ich habe schon voll ausgebaut da mal was sieht mit meinem Flugzeug aus Notfallzentrum komm da auch der Genose nach Bohr nun Alter aber ganz ehrlichen Casinos Richtigkeit wir können es auch noch mit das hat sich hier gerade um was mit 200.000 habe ich jetzt schon ins gesammelt Kruz nicht nur 33.000 33.000 am Tag und so jetzt ist er noch ein bisschen ausbauen da wird es mir geht nicht aber egal die ich mache jetzt mit zu um einen Handel Kohlehandel und 60.000 und Tag weiter Kohle nur mit Kohle mehr habe ich auch nicht was mir Geld bringen könnte ich mache 5.000 mit Kohle ja ich habe jetzt meine Kohle mein Kohlebergwerk auf Maximum gemacht also das heißt überall noch mehr Türme und zwei Handelsdepots mit jeweils Maximum Anzahl an Lagern für Kohle also Platz habe ich gar nicht ja Platz ist ein bisschen schwer ich muss sowieso gleich ein Handelsdepot schließen damit mein anderes Handelsdepot 100% ausgelastet ist und auch mein Werk auch mein Kohlekraftwerk mal wie viel Kohle habe ich denn jetzt noch für 21 Monate ach ist das schön ne die Kohle hält mich gut noch übrig über Wasser ich mache jetzt ein komplettes für ein komplettes für Kohle und ja ich werde jetzt noch ein neues Kohlekraftwerk also Kohleförderturm bauen ah ok weil ich habe nur so große Mengen Kohle in der Erde die müssen ich was weg mit der Kohle ja wenn meine ganz Kohle aufgebraucht ist habe ich auch diesen Bauplatz aber es geht ich brauche ich auch ein Versandlager ich habe es abgerissen und das durch ein Kohlelager ersetzt ich glaube ich reicht ein Kohleding wieder ab macht er für ein Versandlager hin gönn mir jetzt auch mal so eine Spielhalle wenn der sagt dass er da so Profite ausmacht also ich mache daraus Profite ja Gott hoffentlich geht das wieviel Touristen habt ihr in der Zeit das ist ja das treiben wo sich das irgendwo siehst du das schon ja um die tausend wo siehst du das wenn du jetzt auf Spezialisierung gehst ne auf Glücksspiel oder Tourismus ach ne doch Glücksspiel dann steht da derzeitige Touristen ähm 800 ich habe da 900 ah gut jetzt habe ich hier 850 ja bei mir steht 1000 von 900 1000 Schrägstich 900 sollen das hießen keine Ahnung bei mir ist auch irgendwie 900 von 890 hm bei der mittleren unteren so ich bin halt auf Maximo irgendwie ausgebaut und weh da kommen keine Profite rein nur wieder 33.000 Alter auch Polizei gut geht die Lung das scheint eine 50.000 6 und 50.000 okay